Hallihallo hallöle, haltet euer Popcorn bereit, denn bald startet der German Indie Showcase 2023. In diesem Video werde ich euch einen kurzen kleinen Streamplan geben, aber viel wichtiger. Es gibt mehrere Streamtage und dementsprechend brauche ich ja auch was, was ich an den anderen Tagen zeige. Ich zeige ja Trailer, aber ich zeige auch Demos. Dementsprechend schickt mir eure Demos oder von mir aus auch eure ganzen Projekte, die jetzt frisch rausgekommen sind oder demnächst rauskommen werden. Und ich spiele sie einfach mal ein bisschen an und zeige, was man in dem Spiel so erwarten kann. Und diese Demos oder Projekte, schickt mir diese bitte bis 22.09., also bis zum nächsten Freitag. Ähm, 23.59 Uhr bitte, bevor wieder gefragt wird, um welche Uhrzeit Einsendeschluss ist. Der ganze Tag, ihr könnt das an dem ganzen Tag einsenden, ist vollkommen egal. Ähm, aber dann ist Einsendeschluss an dem Freitag, den 22.09. und nicht später. Gut, schickt mir eure Demos und dann kommen wir zum Streamplan. Streamplan, am Freitag, den 22.09. werde ich ab 21 Uhr die geilen Trailer, die mir eingeschickt wurden, zeigen. Yeah, ich hoffe, ihr habt mega Bock auf die Trailer. Ja, ich habe mega Bock auf die Trailer, auf jeden Fall. Es wurden genügend eingereicht, das könnt ihr mir glauben. Und am Samstag, den 23.09. werde ich dann ab 21 Uhr Demos von euch spielen. Wenn ihr mir denn welche schickt, was ich ja hoffe. Ich hoffe, ihr habt ein paar Demos. Und wenn zu viele Demos eingereicht werden, werde ich am Sonntag noch streamen. Also, das wird ein Showcase-Wochenende. Dementsprechend in die Show Weekend. Spaß beiseite. Nein, wirklich, jetzt ist es wirklich Spaß beiseite. Nein. Ganzhaft. Wenn ihr genug einreicht, genug Demos, genug Projekte, die ich zeigen kann, würde ich am Sonntagabend ab 21 Uhr wahrscheinlich auch noch mal streamen. Und ich würde bevorzugen, die Projekte, die Trailer eingereicht haben, die würde ich dann auf jeden Fall am Samstag streamen. Und wenn dann Samstag keine Zeit mehr ist, würde ich dann die anderen Projekte am Sonntag streamen. Okay, nur rein informell. Dementsprechend, dass ihr das mal gehört habt. Ich sage an dieser Stelle Tschau und wir sehen uns Freitag, 22.09. ab 21 Uhr live zum Showcase. Wir gucken uns die geilen Trailer an von euren Projekten und ich hoffe, ihr seid live dabei. Tschaui. 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 Tschaui.